Suchst du das passende Geschenk für einen Naturliebhaber oder für einen kleinen oder einen großen Forscher oder für jemanden, der es werden möchte und möchtest du mal etwas anderes verschenken als Videospiele und Konsolen? Ein Mikroskop ist da die perfekte Möglichkeit, um den Weg in die Wissenschaft zu ebnen. Wir haben heute vier tolle Mikroskope zusammengestellt, die wir im folgenden Video vorstellen und von allen Seiten beleuchten und damit auch zeigen, was gut ist und was vielleicht nicht ganz so gut ist. Ein wirklich sinnvolles und lehrreiches Geschenk, aber sie selbst. Nummer 4. Bookie Friends MR600. Beim Bookie Friends handelt es sich um ein Mikroskop aus Metall mit Glaslinsen und Glasokularen für Beobachtungen von sehr guter Qualität. Es ist eher als Spielzeug konzipiert und soll jüngeren Forschern den Einstieg in die Welt der Wissenschaft schmackhaft machen, was es auch wirklich tut. Es kann mit einer 100-fachen, 250-fachen und sogar 1000-fachen Vergrößerungsfunktion sehr schöne und interessante Ergebnisse liefern. Hier wird wirklich auf spielerische Weise gezeigt, was alles möglich ist. Folgt man der Anleitung finden sich viele interessante Experimentiermöglichkeiten, die einfach zu gestalten sind und die Lust auf mehr machen. Im Lieferumfang befinden sich alles Nötige wie Objektträger, Pinzette, Teströhrchen, Mischer, Etiketten, Petrischale, Mini-Schneidemaschine und die Anleitung. Es werden Batterien benötigt, nämlich eine Flachbatterie, die mitgeliefert wird und drei AA-Batterien, die leider nicht enthalten sind. Wenn du nach einem sinnvollen Geschenk für dein Kind suchst, um auf spielerische Art den Forschergeist zu entdecken, bist du hier genau richtig. Nummer 3. Dein Kind begeistert sich für Biologie in der Schule? Dann haben wir hier genau das richtige Geschenk, ein Mikroskop als Einsteigermodell für Schüler. Selbst wenn die Begeisterung für die Biologie nicht ganz so ausgereift ist, kann man mit einem solchen Gerät das Interesse wecken. Denn hier können wirklich viele spannende und interessante Dinge erforscht werden und viel experimentiert werden. Es geht um das bzw. den Cosmos 6356-02-Mikroskop-Experimentierkasten. Bei diesem Set von Cosmos wurde besonders viel Wert auf einfache Handhabung und zugleich eine präzise Mechanik gelegt. Kein langes Drehen, damit das Objektiv scharf steht, die Einstellung geht gut von der Hand. Das macht den Experimentierkasten-Mikroskop zum idealen Einsteigergerät für Schülerinnen und Schüler. Drei Objektive für drei Zoomstufen. Hier kann die Zellstruktur eines Blattes erforscht werden, aber auch das Gewimmel von Einzellern im Teichwasser sichtbar gemacht werden. Mit Neugier und Einsatz kann hier alles genau unter die Lupe genommen werden. Als Zubehör findet sich im Paket natürlich das Mikroskop mit einer bis zu 400-fachen Vergrößerung und Beleuchtung. Präpariert Zubehör wie Objektträger, Deckgläser, Pipette, Pinzette, Präpariernadel, Schneidehilfe und Probengefäße. Die 48 Seiten starke Anleitung, die wirklich gut alles und interessant erklärt. Nicht im Lieferumfang enthalten sind zweimal 1,5 Volt Batterien-Typ Mignone. Leider ist dieses Modell nur aus Plastik, aber um anzutesten, ob wirkliches Interesse für die Forschung besteht, ist dieses Set absolut geeignet. Hier handelt es sich wirklich um ein prima Antestmikroskop, bei dem dein Kind dann vielleicht seine Forscherleidenschaft entdeckt, wenn es merkt, wie viel Spaß man damit haben kann. Nummer 2 Cosmos 636029, das große Forscher-Mikroskop Mit diesem Cosmos-Mikroskop können nicht nur klassische mikroskopische Präparate wie das Zwiebelhäutchen im Durchlicht, sondern auch flache Objekte wie Blätter oder Münzen im Auflicht betrachtet werden. Die sehr gute Qualität der optischen und mechanischen Teile ermöglicht spannende Untersuchungen in der Welt der kleinen Dinge. Mit viel Dauerpräparaten, umfangreichem Präparierzubehör sowie einer wirklich guten und umfassenden Anleitung mit vielen praktischen Tipps. Hier wird wirklich anhand von Bildern gut beschrieben, wie der Benutzer auch eigene Präparate anfertigen kann. Als Zubehör ist alles dabei, um loszulegen, wie Objektträger, Deckgläser, Pipette, Skalpell, Präpariernadel, Pinzette, Petrischale, Linsenreinigungspapier und vier Dauerpräparate plus die Anleitung. Batterien sind leider nicht dabei. Benötigt werden zweimal 1,5 Volt des Typs Mignone. Die sollte man im Haus haben, sonst ist die Enttäuschung groß, dass man nicht gleich loslegen kann. Angegebenes Alter ist 12 Jahre. Jüngere Kinder können es mit Sicherheit auch bedienen, aber sollten vielleicht zusammen mit den Erwachsenen forschen. Wir finden, dieses Gerät ist sogar für Erwachsene als Einsteigermodell geeignet, denn nicht nur Kinder haben Spaß am Forschen. Ein tolles Geschenk für dein Kind, aber auch für Erwachsene, die werden hier ihren Spaß haben. Nummer 1, Bresser Junior Mikroskop Set BioLux. Bresser Junior, hier kann man spielend die Welt der Optik erleben. Dies ist mehr als ein rein klassisches Mikroskop. Dieses BioLux Mikroskop Set ist sehr robust verarbeitet, es ist flexibel einsetzbar und lässt sich praktischerweise an den Computer anschließen, was ein echtes Highlight ist und es noch interessanter macht. Das Set bietet viel Zubehör für den sofortigen Start in die Mikroskopie, also ein ideales Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk für Kinder und den Einstieg in die Welt der Wissenschaft. Im Lieferumfang findest du das Mikroskop, ein USB-Okular, Weitfeldokulare, Objektive, 10 Objektträger, 10 Deckgläser, 5 Dauerpräparate, eine Pipette, eine Pinzette, eine Garnelenbrutanlage, Einschlussmittel, Software und die drei benötigten Batterien. Absolut für Einsteiger und Kinder geeignet. Hier kann mit Spaß und modernster Technik geforscht werden, was das Zeug hält. Das Gerät ist bedienerfreundlich, allerdings ist der Aufbau etwas komplexer und da wäre es vielleicht gut, wenn Mama oder Papa dem Kind da zur Seite steht. Bei über 120 Bewertungen hat dieses Gerät eine Kundenzufriedenheit von 4,3 von 5 möglichen Stern bei Amazon. Das zeigt, wie zufrieden die Kunden sind, die es bereits in Gebrauch haben. Ein wirklich tolles Einsteiger-Mikroskop zu einem super Preis-Leistungsverhältnis. Bei unserer Auswahl handelt es sich um vier Mikroskope, die bei einem Preis von zum Teil weit unter 100 Euro Lust auf das Forschen aufkommen lassen. Nicht nur für Kinder gedacht, ist es ein ideales Geschenk, um kleine und große Forscher auf dem Weg in die fantastische Welt der Mikroskopie zu begleiten. Alle vier Links findest du unterhalb der Beschreibung. Klicke auf den entsprechenden Link und sichere dir das perfekte Geschenk für deinen wissbegierigen Forscher.